Wir geben unser Bestes. Das ist wieder ein Versprechen von meiner Seite. Kein Fan, kein Zuschauer wird merken, dass einer von uns nicht sein Bestes gibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei uns. Und von dem her bin ich davon überzeugt, dass wir dann auch gewinnen. Hallo, hier ist der Trimi. Das komplette Interview gibt es im Programmheft und auf AFTV.